Ich bin hier zum Ersten zu werden, anders gibt es für mich und alles oder nichts. Die Herausforderung ist bei mir das Isolieren, denn das ist eine Katastrophe. Die Messer hauen nichts, das war recht schwierig. Bis jetzt habe ich mich gut gefühlt und habe mit keinem Problem gehabt. Das eine ist, dass es immer dicht ist. Wenn du ein ganz kleines Loch hast, ist alles undicht. Es kann sein, dass Wasser drin ist. Das andere ist, wenn du ein Holzhaus hast, dass es nicht anzündet ist. Oder dass alte Fassaden nicht anfangen zu brennen, weil Holz manchmal nicht so viel verliebt. Für diesen Beruf muss man gerne draussen sein. Ich würde sagen, du bist in jedem Wetter draussen. Ich sehe es nicht als negativ. Ich finde es auch schön draussen, mal im Nassen zu arbeiten. Es ist halt gesund, finde ich. Am meisten gefällt mir die Aussichten. Ich finde es mega cool, wenn du auf den Blöcken stehst. Du hast mega schöne Aussichten. Ich bin durch dein Wetter. Und schzt euch bei mir die Aussichten.